Innovative Geräte für hohe Wasserqualität Wasser ist unser Element. Damit kennt sich die Gebrüder Heil Analysetechnik GmbH und QKG mit Sitz in Hildesheim bestens aus. Seit über 60 Jahren sind sie Spezialist in der industriellen Wasseraufbereitung und für Wasseranalysegeräte. Mit 50 Mitarbeitern entwickelt und produziert das Unternehmen Mess- und Steuerungsgeräte, die besonders präzise Nachweise für eine hervorragende Wasserqualität liefern. Besondere Kennzeichen sind die Langlebigkeit und Wartungsfreundlichkeit der Geräte für die Wasseranalyse. Mit Produkten zur Messung der Wasserhärte erzielt das Unternehmen ca. 60% des Umsatzes. Anwender der Wasseranalysegeräte sind eine Vielzahl von Unternehmen, begonnen bei Brunnenwasser-Trinkwasserversorgern, Galvanik, Pharmazie, chemische Industrie, Schwimmbäder oder Lebensmittel- und Getränkeindustrie bis zu Krankenhäusern und Dialysestationen. Gebrüder Heil fördert seit 2011 das Deutschlandstipendium mit insgesamt 4 bis 6 Stipendien.